Ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Faktorio. Faktorio. Ja hallo. Hallo. Ja hallo. Ich tu hier mal Munition rein. Mach mal dein Muni rein. Letzte Folge hat hoffentlich keiner gesehen. Ich find das immer noch toll, weißt du das? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Weiß einfach nicht, wovon du sprichst. Ich zieh das erstmal bis hier. So, ich bin dabei, jetzt endlich die Muni zu machen. Für die, für unsere Geschütztürme, ne? Die automatische meinst du? Oh, hier ist aber ne Party, gerade. Alles gut? Oh, oh, sieht's gut aus. Aber die kamen ja durch, irgendwo kamen sie durch. Ja, und dann noch ist ja alles offen. Muss ich mal hier, das dauert. Ich brauche nochmal einen Geschützturm, den hier hin, weil... Guck mal, Stahl. Yay. Kannst du mir was mitbringen? Ich brauch diese bessere Pickaxe. Ja, ich wollte grad sagen, die ist ziemlich gut. Jo, ich bring dir was mit. Ich bring dir was mit. Das ist wie, als wäre ich beim Bäcker gewesen, ne? Hallo. Hey? Ich hätte gerne ein Toskana-Brötchen. Danke, reicht, reicht, reicht. Nimm dir. Da, 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 da. Manchmal bin ich auch ein bisschen bekloppt. Oh, die Kohle geht alle. Ähm, die Kohle geht ziemlich schnell alle. Sie ist alle. Oh, wir brauchen Kohle. Kannst du Kohle von ganz hinten holen? Dann kann ich mich noch um die Muni kümmern. Ich baue jetzt erstmal das Geschützturm hier hin, und dann können wir mal reden. Soll ich das machen? Kohle, die ist fast, äh, sie isst alle. Gut. Äh. Zack. Ich weiß nicht, was die hier brauchen. Was, was braucht ihr denn hier? Warum meckert ihr denn? Ach, die, ah. Die müssen das immer gleichzeitig erforschen. Das ist ja witzig. Äh, ich hole Kohle. Ich hole Kohle. Wahnsinn. Der Kohle holer. Ich hole Kohle. Tatsache, das muss immer denn beides vorhanden sein. Das wusste ich gar nicht. Was muss beides vorhanden sein? Ich rede nur laut. Mit den Fläschchen? Ja, ich hatte gerade in zwei, hatte ich die grün, und in den anderen beiden hatte ich rot drin. Das hatte sich einfach jetzt so erforscht. Nee, 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 nee. Aber du musst in beiden, also du musst an jedem, dann beides vorhanden haben. Ja, ja. Getrennt gibt's nicht. Ist doch klar. Wie ist eigentlich unser Strom? Oha. Auch nicht mehr so gut. Yes, Militär 2. Komm, und wir machen mal Rüstung, ne, mein Guter. Ja, ja. Mal ein bisschen Rüstung für uns. Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Denn ich brauche Kohle, Kohle. Ich hole Kohle. Oh. Ja, das war ein kurzer Spaß. Oh, warte, warte, ich hab noch. Ich hab. Wo gehen wir denn lang? Ach, wir gehen hier, warte mal. Hier, hier, wo ich stehe, gehen wir dann runter. Hier. Okay. Und dann gehen wir hier unten. Unterm Fluss entlang. Vorbei. Oh, das wollte ich gerade machen. Okay, gut. Ich mach mir jetzt keine Sorgen, Leute, ne? Das sieht ein bisschen sehr gefährlich aus. Nee, ist okay. Oh ja, hier kommen neue. Hier kommen neue. Aber ich hab gerade einen neuen Geschütztumme da gebaut. Guck. Hihi. Ja, ein, 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 ein was? Ich hab da eben neue Geschütztumme da gebaut. Sehr gut. Die sind zwischen dem, zwischen dem, äh, Fischkopp Lake und dem Fischkopp ist Cool Lake. Und dem, ja. Wir brauchen jetzt dringend. Wir brauchen, hab ich schon erwähnt, dass wir jetzt dringend langsam die Fläschchen brauchen. Die Flächen? Fläschchen. Ja, es ist, ich sollte ja Kohle holen. Flasche. Oh, man kann hier rüber bauen. Ja, an, an der, an der Dingsseite, ja. Hier. Guck mal, wie scheiße das jetzt aussieht. Oh, das sieht nicht gut aus. Du musst das hier, du musst, nee, bau das einfach, nee, bau das geradeaus weiter und den Teiler nutzt dann andersrum. Das ist doch geil. Stimmt. Wie sieht denn das aus? Das sieht nicht aus. Und das sieht jetzt auch, das sieht jetzt auch richtig dumm aus. Dir ist aber bewusst, dass das eigentlich, äh, funktioniert hätte. Ich wollte es nur gesagt haben. Was funktioniert hätte? Es hätte so auch funktioniert. Ja, natürlich hätte es auch funktioniert. Aber wir wollen es ja auch ästhetisch halten. So gut es geht. So, das, das ist in Ordnung. Äh, ich glaube, ich brauche Kupfer. Ja. Äh, ich hab eine Menge Kupfer. Ich hab sauviel, ich hab so viel Kupfer. Fisch, ich hab ein Problem. Was ist denn dein Problem eigentlich? Ich brauche hier unten Kupferplatten. Kupferplatten! Äh, ja. Kannst du mal kurz... Ja. ...kommen oder mir sagen, wie ich das... Weil du hast ja die Taktik immer drauf. Ja, ist okay. Zwischen zwei Montagemaschinen. Soll ich da einen Platz lassen oder... Reicht da einen Platz frei? Ich würde den... Einen Platz frei. Dann wieder Montage, dann einen Platz frei. Ja. Okay, du machst das jetzt da oben. Gut. Nicht gut? Ich überlege gerade. Du hast wenig Platz? Nö. Ach, das wird schon... Wir haben ja eine Faktor. Wir bauen jetzt ja parallel. Kann man sich ja aus... Parallel? Machst du jetzt hier Kupfer? Kupferkabel. Mhm. Kupferkabel. Hier kommt auch nicht genug Eisen an, ne? Also es sind jetzt so Optimierungssachen... Who cares, ne? Momentan ist es nicht... Wo kommt nicht genug Eisen an? Ja, ich mach hier gerade mal. Du meinst... Du meinst Erz. Ja, 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 ja. Erz kommt nicht genug an. Das ist mir... Das ist mir bewusst. Äh. So. Huch. Hoppala. Wir brauchen für Kabel... Wir brauchen nur... Opferplatten. Ah, mau. Ich werde hier angemauzt. Finde ich eine Frechheit. Ich brauche Eisen schon wieder. Das ist doch nicht wahr. Ich gebe dir... Ich gebe dir... Komm her. Nee. Ich hole mir. Ich habe hier eine Abbaugesellschaft gegründet. Sag mal, wie willst du denn jetzt eigentlich die Kupferplatten... Ach, du willst sie... Wollen wir die anders drehen einfach? Ähm... Das geht nämlich auch. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich gucke mir... Ich gucke es mir gerne an. Ja. Das ist zwar jetzt irgendwie... Hätte ich das... Ach so. Wir hätten das quasi auch von hier jetzt nehmen können. Also wo ich stehe, hätten auch schon die Montage... Aber das ist nicht so wild. Lass dem Bannkleber sogar noch ein bisschen laufen, weil das ist nicht schlecht. Aber dann... Pass auf. Das geht jetzt hier weiter. Ja. Wir machen das. Das ist ja voll kreativ. Und bieg dann ein. Ach so, du willst... Erstens brauche ich die Platten unten. Und zweitens geht das doch als Hauptlinie hier, oder? Geht. Das ist okay. Ey, das ist jetzt ein bisschen mysteriös, dass wir das... Du kannst die Montagemaschine... ... ... ... ... ... ... Ich helfe dir nur. Ich helfe dir nur. Das sind so kleine Verbesserungsdinger. Manchmal siehst du das nicht, oder so. Soll ich mit den Kabeln zu den Laboren fahren? Wollen wir die Labore da überhaupt lassen? Und machen wir da erst die Fläschchen? Weißt du, was ich meine? Aber wir müssen dringend mal langsam das Labor machen. Ja, aber soll ich dann da die roten Fläschchen bauen, oder hier? Ähm, das... ...Eisenzahnräder, Eisen... ...Eisen... Wo wollen wir denn das... ...Pass mal auf, wir suchen uns jetzt mal eine schöne Laborstelle. Zahnräder. Ich finde das da eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, wir müssen halt den ganzen Quatsch dann auch hinführen, ne? Haben wir nicht gesagt, wir wollen ein bisschen Licht machen? Ja, hier ist auch eine Verengung. Hier ist eine Verengung. Eine Verkettung der Umstände. 1, 2, 3, 4... Verteidigungstechnik 2, was wollte ich denn da lernen? Pass mal auf, ich baue die Labordinger... Ich habe einen schönen Platz jetzt. Das ganze Eisen wird unten zu steil verarbeitet, ne? Das heißt nicht gut. Ja, noch. Ach, Quatsch. Das ist in Ordnung. Ja, aber wir brauchen noch Eisen auch. Ja, Achtung, Achtung auf der Karte. Du siehst es, wir kriegen Besuch. Oh ja. Siehst du das? Aber ich glaube, da oben ist... Auch einigermaßen müsste eigentlich safe sein. Ich komme mal rum. Ne, sie sind an den Erzverteilern dran. Oh, ihr Schweine, ne? Oh, shit. Ja, das sind so eine Ranzpillen, ehrlich. Ranzpillen? Ich baue mal zwei, äh... Drei Geschütztürme. Oh Mann, die haben das eigentlich kaputt gemacht. Schweine. Oh, das dauert aber so lange mit den Geschütztürmen hier. Oh, wir brauchen dringend so einen Gürtel, wo wir mehr Platz haben unten im Inventar. Ja, ja. Hast du noch Geschütztürme? Ja, ich baue jetzt hier einen. Jo. Der zweite baut noch. Jo. Jetzt geht uns das da hinten auch noch so mächtig auf den Keks hier. Das da im Nordost. Ah, ja. Bau den erst mal mitten ins Erz hier. Den können wir hier wieder abbauen. Bau mal. Ach so, mitten in... Dann stell den doch ein bisschen weiter hier irgendwo hin. Hier zum Beispiel. Ja, aber hier ist ja egal. Da laufen sie ja eh vorbei. Na gut, dann mach mal. Hast du noch einen Erzverteiler, wenn ich das auch nicht so will? Äh, nee, den hab ich verloren damals im Krieg. Ich kann aber zwei bauen. Kannst du mir ein Labor bauen? Ein Labor. Eins. Kriegst du das hin? Eins. Hast du die Sachen? Ich hab die nicht. Läuft gerade. Es läuft. Ja. Wird verarbeitet. Es dauert aber eine Weile. Du kannst so lange eine Geschichte erzählen. War spannend, oder? Irgendwie kam keine Geschichte. Ja, wie soll mir denn... Du bist dann auf den Scherz gehen. Ich hab mich so auf die Geschichte gefreut. Du bist ja auf den Scherz gehen. Ich hab irgendwas mit Strand vorgestellt, jetzt ist fertig. Mit Strand? Ja, mit Strand. Es gibt neue Strandliegen, ne? Die kann man jetzt buchen. Ich versteh ja nicht, wie... Das kostet richtig Asche, das Zeug. Du kannst dich da dann an den Strand pflanzen. Ja? Kannst da drin schlafen. Das ist so eine Strandliege. Was redest du denn da? Hast du es nicht gesehen? Ich... Super lange. Ja, nein, aber das ist so... Weißt du, da kannst du es so richtig zumachen. Und da kommt tatsächlich täglich jemand und bringt dir dann auch das Frühstück. Das kostet richtig Asche, 50 Euro und mehr in der Nacht. Was redest du denn da? Ach, Mann, hör mir nicht zu. Oh mein Gott. Dass du das nicht gelesen hast. Ich muss... Ich find das so köstlich. Oh mein Gott. Wovon? Leute, hol ihr was zu trinken. Sie ist dehydriert. Du bist doof. Die ist dehydriert. Na? So. Also ich geh jetzt nach unten, ne? Das haben wir gesagt. Du machst irgendwelche Sachen unten. Ich mach Sachen oben. Ich... Also mit dich. Also hier so. Mhm. Äh, ich... Und zwar, was ich mache ist... Ja? Ich baue... Ich mache jetzt, dass wir Zahnräder kriegen. Ich weiß ehrlich gesagt auch noch nicht genau, wie ich das hier hinkriegen soll. Aber du hast schon recht. Das ganze Metall geht gerade dafür, für nur Dingensflöten. Aber das wird sich relativieren, wenn das Band einfach mal voll läuft. Was es ja schon zum Teil tut. Naja, aber es ist ja auch nicht gut. Es ist ja auch nicht gut. Aber hier kommt auch relativ wenig an. Haben die was zerstört? Das war vorher relativ viel. Oh nö, wir brauchen einfach nur Förderer. Okay. Ich stelle noch mal bitte auf, ne? Ja, bitte. Oh, das sieht so toll aus. Oh! Warte mal, aber teile ich jetzt hier die Eisenvorkommen, damit ich hier... Ja, ne? Ja. Teilen. Mhm. Mit dem Teiler. Teiler Dürden? Ich wollte es auch gerade. Das kann doch nicht wahr sein. Hat mir jetzt kein anderer Teiler eingefallen. Ja, ich habe auch überlegt. Gibt es noch einen Teil da? Ich glaube nicht. So, ihr braucht... Warte, ihr braucht noch Strom. Ist okay. Oh Mann! Geh mir da nicht auf den Sack! Ja, hättest du bloß einen Sack, ne? Ich lasse mal einen wachsen. Ahaha! Kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Ich lasse mal einen wachsen. Das ist nicht cool von dir. Klar. Der läuft dir auch nicht so voll. Fursi! Was ist... Überall Probleme. Oh, die ersten Zahnräder laufen vor Fließband. Aufs Fließband. Oh Gott, ich krieg... Ich krieg Besuch. Wer ist... Oh, nee. Ja. Hat er wenigstens ein bisschen Kuchen mitgebracht, diesmal. Nee, auch kein Kaffee. Sau. Der Arsch. Apropos Kaffee, ich glaube, da gönne ich mir gleich einen. Ah, ich auch. Aber jetzt müssen wir... Warte, jetzt müssen wir erst mal gucken. Oh! Oh, jetzt kommen sie hier, wo wir noch keine Geschütztürmer haben. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe! Ich sterbe! Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Alter. Das ist nicht euer Ernst. Es sind diese Lager da oben rechts. Wo bleibt die Mauer? Wo... Ich... Ja, ich mach ja schon. Ich brauch mehr. Ich kann doch nicht alles gleichzeitig machen. Es tut mir leid. Soll ich die... Sollen wir die... Ich wollte gerade erst mal die Labor-Dinger da aufbauen. Wir brauchen jetzt dann mal die roten. Nee, 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 nee. Wir kümmern uns erst mal darum, dass die Mauer automatisch gebaut wird, dass die Mauer voll... Dass die Mauer zu ist und dass wir die Geschütztürme voll haben mit Geschützscheiße. Dann können wir mit allem anderen weiter machen. Okay. Okay, kann man machen. Dann machen wir das jetzt. Und ich kümmere mich um die roten Pläschchen. Oh, super. Das ist doch genau das. Ich schaff das doch nicht. Ja, ich mach das... Ich mach da jetzt mit. Was soll ich tun? Wobei, jetzt hab ich schon die Zahnräder gemacht. Ist das nicht... Sollen wir nicht wenigstens die roten Pläschchen machen? Weil dann... Dann läuft das automatisch alles. Ja, das kommt. Mach die roten jetzt. Ich... Ich baue jetzt Labor auf. Ich baue das Labor auf. Nee, halt. Halt, das ist doof. Warum? Was ist denn doof? Ich mach nochmal schnell einen Geschützner. Hier ist auch kein Eisen. Ich würde ja jetzt ganz viele... Ich müsste jetzt ganz viele Förderbänder bauen. Das geht aber nicht. Weil wir haben kein Eisen. Ich hab doch da jetzt schon noch drei aufgestellt. Aber du kannst ja noch... Warte. Nee, es ist okay. Ich wollte jetzt auch gar nicht meckern. Oh, die erste Panzerbrechende kann ich bauen. Aber es kommt. Es wird ja... Da unten hab ich jetzt fast alles zusammen. Die erste Potze brechen will. Oh, jetzt hab ich hier nicht... Oh, nicht die Kohle mitnehmen. So. Oh, was soll ich bauen? Oh, Alter. Ich kann nur 67 Förderbänder bauen. Das ist doch nicht euer Ernst. Nur, sagt er. Nur. Ich hab gar kein Eisen mehr in der Tasche. Ja, wir brauchen halt mehr. Ja. Ich bin der Bahai. Ach, guck mal. Die kriegen ja auch keine Kohle hier. Echt? Oh. Hä? Hä? Aber das war... Haben die da irgendwas zerstört? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir sicher, die waren hier komplett fertig. Also, das lief eigentlich. Kann natürlich sein, dass die irgendwas zerstört haben. Ich verste... Oh, Mann! Viecherse. So. Ich hab noch einen Geschütztopi hier gestellt. Wieso werden hier so wenig Sachen gemacht? Was sind... Woden? Was meinst du? Die Zahne, die da ist so wenig irgendwie. Ja, es kommt auch gerade mit dem Eisen da nicht hinterher. Okay. Okay. So. Aber das läuft ja schon mal. Was soll ich jetzt hier machen? Ich wollte das andersrum fahren lassen. Hä? Ich hab fahren lassen gesagt. Oh. Zur Himmel hilf. Mein Arsch hängt im Schilf. Ich sag's dir. Ähm. Jetzt gibt's hier genug Eisenerz. Föschi. Das find ich gut. Das war schon mal etwas. Huch. Ach, shit. Mau. Nee, nicht die Katze jetzt. Dafür kann die doch nix. Und ich auch nicht. Ich will auch Aufmerksamkeit. Ja. Das war echt so, ne? Das ist richtig krank. Oh, warte. Ich brauch nicht fünf. Obwohl. Kannst du machen. Gib mir fünf. High five. High five. So. Haha. Haha. So. Jetzt. Jetzt. Achso. Wo wollten wir jetzt die Fläschchen machen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm. Pff. Äh. Wo wolltest du die Labore bauen? Ach. Siehste mal. Das mach ich. Mach ich. Ohne Momento. Geht los. Weil jetzt habe ich die Zahnräder hierhin geführt, aber ich weiß gar nicht, ob ich die da überhaupt hinführen will. Hä? Was? Oh. Oha. Ich habe Fehler gemacht. Jolle. Geil. Jolle. Lass es gut sein jetzt hier. Och Mann. Jolle. Du hast die Fallschrubbe... Oh Gott. Ja, ich hatte die beiden außer den Fallschrubbe. Dann haben die hier Stahl gemacht, was natürlich Blödsinn ist. So. Ihr braucht jetzt noch die Ausgabe. Jolle. Ich brauche dich. Ja, was ist denn Schnucki? Ich bin hier beschäftigt. Ich brauche dich. Komm. Jolle. Ich brauche dich. Ja, komm. Wo bauen wir jetzt die Labore? Ja. Es ist... Es ist Teamarbeit. Ja. Oh, ist das spannend. Das machen wir jetzt hierhin. Hierhin. Gut. Dann ziehe ich jetzt. Oder? Dann mach du die Labore. Ich ziehe aber dann... Warte mal. Dann machen wir die roten Fläschchen hier, wo die Labore sind? Oder mach ich sie hier, wo ich jetzt bin? Siehst du, wo ich bin? Warte. Siehst du, wo ich bin? Das ist eigentlich, wo du dir jetzt die machst. Das ist irrelevant. Wir werden die schon irgendwie dem Kreislauf zu führen. Gut, ich frag dich ja nur, weil... Ich frag dich ja nur, weil... Ist okay. Und jetzt pass mal auf. Jetzt kommt die geile Labortechnik. Was man übrigens auch nur beim Labor... Wusstest du, dass meine Monatran-Labortechnikerin ist? Das ist wohl ein richtig interessanter Job, ne? Ja, aber es ist auch anstrengend. Warum ist denn hier kein Strom? Ja, jetzt. Sorry, ich musste Sachen machen. Oh man, ich hätte die ganze Zeit bemauzt, ne? Und meine Katze ist ja auch noch so, die tippt mich dann... Die tippt mich immer von hinten an der Schulter, ne? So, mach jetzt. Gib mir Sachen. Gib mir Geld. Sie will immer Geld von dir, ne? Sie sagt immer, ey, ey. Ja. Ey, gib mir 20 Euro. Taschengeld. Geh dich überhaupt nichts an, wofür das ist. Guck mal. So sehen Labor-Dingens da aus. Oh ja, das ist aber deine Meinung. Oh mein Gott. Ja, nee, nicht mit dem Kreislauf. Doch. Aber was ist denn, wenn wir mehrere Fläschchen da reinmachen wollen? Ja, ich zeige dir. Ich zeige dir, wie geht. Oh nein. Du beliebst in mich. Jo. Sehr gut. Okay. Ähm, weil wir... Brote Fläschchen benötigen müssen wir. Guten Morgen. Ach, die brauchen nur Kupferplatten und gar keine... Gar keine Kabel. Oh Mann, macht er die Ogen auf? Oh. So. So, so, so. Äh, was wollte ich denn jetzt? Oh, Fischi, ich renne rum wie so ein kopfloses Huhn. Das kenne ich irgendwoher. Ich brauche immer noch... Was brauche ich denn eigentlich? Eisen! Sorry, muss gerade mal so... Ach, die Folge ist vorbei, habe ich schon erzählt? Ach so. Das ist interessant. Erzähl mir mehr. Äh, das Wetter ist sehr gut. Und man muss ein bisschen mehr hydrieren, habe ich gehört. Das stimmt. Währenddessen Deutschland total im Chaos und in Schlamm und Matsch und Blitzen untergeht, haben wir in Berlin ja seit Wochen strahlende Sonne. Wusstest du das? Ja, naja, gut, ein bisschen, ein bisschen hatten wir auch. Ja, einmal, für 20 Minuten. Wow. Ein bisschen hatten wir auch Gewitter. Jetzt tun wir nicht so, als wenn wir... Aber jetzt, in den letzten Tagen haben wir wirklich... Also, die Aufnahmesession ist, ähm... Wolltest du achte, ne? Genau. Einen Tag vor Mirror's Edge, Katakles, den Sinkraten. Keine Ahnung. Bis dahin ist das schon lange draußen. Ja, ja, ja. Und das Wetter ist sehr gut. Und das Wetter ist sehr gut. So gut, dass ich schnell das Gewissen habe, dass ich nicht rausgehe. Ein bisschen... Was ist... Habe ich hier... Habe ich das hier falsch gemacht? Ich weiß gerade nicht, wie ich hier runter soll mit dem Band. Das Battle... Die Folge ist vorbei. So, tschüss. Tschüss.